Freunde, weil ihr es sehen wolltet, eine weitere Reaktion. Heute eine Nicht-Lachen-Challenge. Wir dürfen jetzt nicht lachen bei dem Video, Freunde. Lasst ein Like, Daumen in die Kanal, schaut das Video bis zum Ende. Mal gucken und schreibt in die Kommentare, ob ihr lachen müsst bei dem Video. Und ich würde sagen, 3, 2, 1 und go. Squid Game Puppe. Was haben die gemacht? Oh, das ist bei Poppy Playtime, dieses Dingsbums. Okay. Oh, okay, ich darf nicht lachen, Freunde. Ich darf jetzt nicht einfach lachen, ich muss mich konzentrieren. Oh, nein, 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 nein. Nicht lachen, Freunde. Das zählt nicht als Lachen, Freunde. Das zählt nicht. Okay. Das zählt auch nicht, Freunde. Wir lachen nicht. Wir lachen nicht, Freunde. Wir sind heftig, wir sind hart. Hagi. Wagi. Mit dem Schlüssel. Okay, er hat sogar Fell von ihm. Okay, ich muss mich gerade ein bisschen zusammenreißen, Freunde. Ich muss mich gerade ein bisschen zusammenreißen, Freunde. Das ist echt nicht einfach. Okay. Oh, er wirft den Schlüssel. Okay, ich kann nicht mehr, das ist so schwer. Oha. Oha, Kissy Missy. Oh mein Gott. Mit Laserstrahlen. Oha, die ist ja voll stark. Tschüss. Oh nein. Oh nein. Hä, wie random ist das denn? Okay. Frontman von Squid Game. Okay. Oh mein Gott. Alter, das rastet komplett aus, Freunde. Okay. Was passiert jetzt, Freunde? Was wird geschehen? Was wird geschehen? Was wird er jetzt machen? Oha, der ist ja voll stark. Oha, die haben sich da versteckt. Okay, da waren ein paar lustige Stellen dabei. Oh, Pyramiden-Action, Freunde. Let's go. Oh. Let's go, Freunde. Okay. Die sind ja mal richtig verliebt. Die sind ja mal richtig verliebt, Freunde. Was wird... Oh mein Gott. OMG. Oh nein, der ist nicht so hübsch, Freunde. Der ist nicht so hübsch. Oh nein. Der hat das Ding, diese Sicherung von der Granate gezogen. Und die wird jetzt explodieren. Yep. Das war ein Fail, Freunde. Das war ein Fail. Okay, Doki. Die sind jetzt hier in den Pyramiden. Let's go. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hagi-wagi, Freunde. Ist wieder zurück. Warum wird eigentlich Hagi-wagi mal so böse dargestellt? Der ist eigentlich voll lieb. Eigentlich ist die Squid Game-Puppe viel gemeiner. Wobei... Schwierig. Hagi-wagi will halt nur jemanden armen, Freunde. Oh nein. Die Pfeile. Oh, sie beschützen die... Ähm... Königin. Was ist das hier? So eine ägyptische Königin? Weil sie voll verliebt in sie sind. Die sind richtig verliebt, Freunde. Okay. Der Thron des Pharaos. Okay, was passiert? Was wird passieren? Was wird... Oh, sie hat alles abbekommen. Die Rasse sieht jetzt komplett aus. Wird sie Laserstrahlen werfen oder nicht? Das... Mal sehen. Das ist so... Oh nein. Hehehehe. Okay. Hehehehe. Oh nein. Kissy Missy. War da die ganze Zeit drin? Das sieht nicht gut aus, Freunde. Sie rastet komplett aus. Oh mein Gott. Okay, krass. Sie hat... Das war ein heftiger Plot-Twist, Freunde. Die müssen jetzt den Schlüssel suchen. Okay. Hehehe. Ey, ich hab schon voll verloren. Wenn ihr es bis jetzt geschafft habt, ohne zu lachen, schreibt es mal in die Kommentare, Freunde. Aber nicht lügen. Also sagt die Wahrheit. Was? Zum Henker. Was macht... Ah, Kitzel. Hehehehe. Ist das so ein Pokémon? Ist das ein Pokémon, Freunde? Das sieht aus wie so ein Pokémon. B... T... F... Was gucke ich mir gerade an, Freunde? Was ist das? Okay. Okay. Was geht denn jetzt hier ab, Freunde? Oha. Die machen das aber kaputt. Okay. Hehehehe. Hehehehe. Okay. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Oh, die Squid Game Wache mit Macht aus den Eiern. Spiegelei. Easy, easy, einfach Spiegelei. Okay. Was geht jetzt ab? Äh. Hehehehe. Hehehehe. Diese Sound-Effekte, die sind echt gut. Okay. Die müssen den Schlüssel holen von Hagiwagi. Also wer von euch das Original-Spiel von Hagiwagi noch nie spielt, also Poppy Playtime. Man kriegt ja diese Arme und muss halt diesen Schlüssel holen. Oha, die holt einen Raketenwerfer raus. Holy moly. Hehehehe. Der Arme. Das war natürlich easy mit dem Raketenwerfer. Hehehe. Oh, Kissy Missy. Oha, die ganze Hagiwagi-Familie. Was? Oha. Alter Schwede. Die ganze Hagiwagi-Familie. Der Cousin, der Bruder, der Vater und was auch immer. Oh nein. Die ändern das Spiel. Die machen so einen auf den. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Ja. Oha, ein Pokéball? Was? Was zum Henker geht jetzt jetzt ab? Ein Pokéball. Oha. Wer kommt da raus? Wer kommt da raus? Wer zum Henker ist das denn? O-M-G, Freunde. Okay. Oh mein Gott. Was geht denn jetzt ab? Oh nein. Jetzt kommt der Cousin. Jetzt kommt der Cousin, Freunde. Was ist das für ein Roboter? Oha, der hat ja übelstes Schwert. OMG. Einfach rasiert, Freunde. Einfach easy peasy. Oh nein. Oh nein. Was ist jetzt los? Oh. Die haben die einfach als Sklaven eingestellt. Oh, die Armen. Oh nein. Die Armen. Oh nein. Die tun mir schon ein bisschen leid. Ich muss sagen, ich bin Hagiwagi und Kissi Mäsi sehr sympathisch, Freunde. Auch wenn die oft böse dargestellt werden. Oh nein. Oha, die, 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 die Dingsen sich. Die, äh, streiten sich. Oha, der wirft richtig schlimme Sachen. Der arme Hagiwagi, der tut mir so leid. Der ist eigentlich so lieb, Freunde. Oh nein. Da kommt wieder gleich jemand raus, oder? Ah nee. Der ist weg jetzt, weil der Pokéball kaputt gegangen ist. Oh jetzt ändert sich das Spiel. Jetzt werden die... Oh nein. Das war's. Angriff. Der Hagiwagi Familie. Ein Happy End. Für die Hagiwagis. Oh, jetzt ist Kissi Missi da. Okay. Ei, 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 ei. Was geht jetzt ab? Oha, ist er verliebt? Was? Squid Game Kreis ist verliebt? He, he, he. Oh nein. Hagiwagi ist da, Freunde. Oh nein. OMG. OMG, OMG, OMG. Das war's. Jetzt geht's ab, Freunde. Jetzt geht's ab. OMG, Freunde. Ich glaub, das war's. Der hat sich eingemacht in die Hose. Okay. Was geht denn jetzt ab? Oh. Oh mein Gott. Ei, 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 ei. Die sind schon gruselig, Freunde. Eine Stunde später. Die schlafen. Oh, die kochen den. Was? Die kochen den einfach. Oh mein Gott, der Arme. Das war's. Oha, die hat ne Basu. He, 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 he. Oh mein Gott. Die befreit den. Oha. Jetzt geht's. Jetzt geht's ab. Das letzte Battle. Kissy Mission Hagiwagi gegen Squid Game Puppe und Squid Game Wächter. Die rufen den Front, Mann. Oh, der schickt Verstärkung. Squid Game Wachen. Vieles. Oh, ne. Der, der rettet die. Das war's, Freunde. Easy peasy Rettungsaktion. Vom Front, Mann. Let's. Oha. Er wirft einfach eine Skate. Oh mein Gott, Freunde. Alter, wenn euch das Video gefallen hat, und ihr mehr sehen wollt, lasst es like, dann ab dem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss.